Von einer Dschungelschwärmerei ins Tonstudio, 24Tim und Dieter Bohlen, haben gemeinsam den modernen Talking-Hit Sherry Sherry Lady gecovert. Jetzt gibt der TikToker Einblicke in das Zuhause von dem Pop-Titan. Nachdem 24Tim, 23, im diesjährigen Dschungelcamp seine Bewunderung für Dieter Bohlen, 70, äußerte, fackelte der Pop-Titan nicht lang und reagierte auf das Dschungelgespräch zwischen dem TikToker und Kim Virginia, 28. Nach seiner Teilnahme hat 24Tim dann noch einen draufgelegt. Er fragte Dieter Bohlen tatsächlich für eine Zusammenarbeit an. Gesagt, getan. Am 11. April veröffentlichten 24Tim und Dieter Bohlen ein Cover des modernen Talking-Hits Sherry Sherry Lady. Mein zehnjähriges, ich hätte das wirklich niemals gedacht. Und jetzt stehe ich hier 2024 mit dem offiziellen Cover von meiner gemeinsamen Single mit dem Pop-Titan, schreibt der 23-Jährige zu einem Instagram-Post von dem offiziellen Cover der Single. 24Tim gibt Einblicke in Dieter Bohlens Zuhause. Gesagt, getan. Am 11. April veröffentlichten 24Tim und Dieter Bohlen ein Cover des modernen Talking-Hits Sherry Sherry Lady. Mein zehnjähriges, ich hätte das wirklich niemals gedacht. Und jetzt stehe ich hier 2024 mit dem offiziellen Cover von meiner gemeinsamen Single mit dem Pop-Titan, schreibt der 23-Jährige zu einem Instagram-Post von dem offiziellen Cover der Single. Die Zusammenarbeit fand bei Dieter Bohlen zu Hause statt. Er kam zu mir, wir haben den ganzen Tag zusammengearbeitet, gemacht und getan, erzählte Dieter Bohlen. Für den TikTok-Star war das Ganze überwältigend. Im NDR-Talk-Deep und deutlich plaudert er jetzt sogar eines von Dieters verrücktesten Geheimnissen aus. Er hat zwei Häuser. Eines davon ist nur zum Filmen. Ich durfte aber auch das andere sehen. Es war irgendwie so real, erzählt Tim im NDR-Talk.